Tag auch, willkommen zum Q&A zur letzten Folge über die Antideutsche Linke. Heute sind wir tatsächlich nur zu zweit. Ich weiß, wir sind eigentlich normalerweise immer zu zweit, aber dieses Mal sind wir nicht Joshua und Marian, sondern Alfred und Marian, denn Joshua ist heute leider verhindert und deswegen übernehme ich das heute zusammen mit unserem Gast. Hallo zusammen. Vielleicht sei noch zu Beginn gesagt, dass die letzte Folge extrem erfolgreich war. Das war unsere mit Abstand beste Folge von den HörerInnenzahlen und wir wollen uns auf jeden Fall bei euch dafür bedanken. Wir sind sehr überwältigt von dem Feedback und wie viele Leute jetzt darauf aufmerksam geworden sind. Hoffentlich bleibt das Ganze so stabil und ich denke mal, wir starten dann direkt durch mit der ersten Rückmeldung. War eine ganze Reihe, deswegen werden wir auch nicht auf alles eingehen können und manches nur kurz behandeln können. Und zwar ist die erste Rückmeldung von, wie spricht man das auf? Nevillexvx. Neville wahrscheinlich, ja. Okay, also von Nevillexvx. So, jetzt habe ich die Folge auch durch. Joshua hat am Ende was sehr Gutes gesagt, was ich mir in diesen Debatten schon länger denke. Sich nämlich die guten, lehrreichen Punkte, die von anderen Standpunkten oft übersehen werden, rauszunehmen. Ich beispielsweise nehme mir aus der antideutschen Perspektive Dinge wie theoretische Auseinandersetzung auf intellektueller Basis und Kritik an islamistischen Tendenzen mit. Genauso wie ich mir von Anti-Ims die Wehrhaftigkeit durch den Aufbau von Kampfsportgruppen und den intellektuellen Anspruch mitnehme. Oder viele Punkte in Hinsicht auf Wahrnehmung und Ausdruck vom Geschlecht im Queer-Feminismus. Trotzdem gibt es in all diesen Strömungen Tendenzen, auf die ich keinen Bock habe. Zum Beispiel Theorie-Markertum, TERFs. TERFs sind, um das kurz in aller Kürze zu beschreiben, Menschen, die sich im Prinzip gegen Trans-Personen im Feminismus aussprechen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was es in ausgesprochen heißt. Trans-Exclusionary Radical Feminism, glaube ich. Ja, genau. Genau, so ist es. Also Feministinnen, die sich radikal verstehen und die die Transgender-Leute nicht dabei haben wollen. Irgendwie nur. Dann verkürzte Israel-Kritik und Hass auf Anarchistinnen. Insofern finde ich den Vorschlag, sich das Realistische für die eigene Haltung herauszusuchen, einen guten Kompromiss. Und letztlich ist das für mich auch die eigentliche Botschaft der Ideologie-Kritik, nämlich nicht in einer Strömung zu versinken, sondern einen offenen, kritischen Blick zu bewahren und sich mal zu fragen, ob die Genossinnen, die einen für sexistische Wortwahl kritisieren, nicht doch recht haben könnten. Gell, Alfred? Ja, erstmal danke für die Rückmeldung. Jo, also zunächst mal denke ich, dass die Person auf jeden Fall recht hat mit dieser Sache, dass die radikale Linke irgendwie ein Scherbenhaufen ist und dass man sich auch von jeder Scherbe vielleicht auch irgendetwas Interessantes merken sollte und dass aber letztendlich was komplett Neues aufgebaut werden müsste. Eine wirkliche revolutionäre Bewegung, die vielleicht bestimmte Aspekte und Momente von den einzelnen Strömungen enthält, aber auch in veränderter Form. Also da würde ich zustimmen mit diesem Seitenhieb wegen der sexistischen Wortwahl. Dazu wollte ich noch sagen, also natürlich freue ich mich, wenn Genossinnen mich auf sexistische Wortwahl hinweisen und das kritisieren und dann denke ich da auch gern drüber nach und ändere dann meine Wortwahl gegebenenfalls, wenn mir das einleuchtet. Aber mir ging es hier in dem Zusammenhang ja vor allem um so eine moralistische Kritik. Also das war ja nur ein Beispiel und ich hatte ja auch den moralistischen Veganismus dann genannt. Also es geht mir eher dann um so eine Haltung von wegen von Leuten, die sich halt als was Besseres ansehen, weil sie halt die Sache kapiert haben und die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass ihr Standpunkt richtig ist und auch nicht weiter erklärt werden muss und die sich dann auch regelmäßig jeglicher Diskussion entziehen. Also vielleicht ein Beispiel dazu. Ich hatte irgendwann mal in einer anarchistischen Gruppe vorgeschlagen in irgendeinem Zusammenhang, weil es gerade gepasst hat, dass man von KIZ, von dieser linksradikalen Band, irgendwie einen Spruch posten könnte und dann hat ein Genosse eben sehr vehement gesagt, nein, das geht gar nicht, weil das ist ja eine sexistische Band. Und dann habe ich nachgefragt, ja warum denn? Und dann kam einfach ein Link als Antwort, ein Link zu einem Liedtext. Dann habe ich halt gefragt, ja so what? Dann kam eben keine Antwort und auch nach mehreren Nachbohren hat er sich geweigert, darüber mit mir zu diskutieren, weil angeblich die Sache klar auf der Hand liegt und das finde ich halt schon ziemlich dumm, wenn jetzt es gerade auch in dem Fall um Kunst geht, um Musik. Da ist ja jetzt die Frage, was genau davon der Gehalt ist und ob es vielleicht ironisch gemeint ist und was jetzt der Autor dabei sich gedacht hat, ist ja vielleicht auch was anderes als was jetzt der sogenannte objektive Gehalt davon ist. Es gibt auf jeden Fall da eine ganze Menge zu diskutieren, wie man jetzt das genau einschätzt und auch zum Beispiel, wenn irgendwo was Sexistisches gesagt wird in einem Theaterstück oder in einem Musikstück, heißt es ja noch lange nicht, dass der Autor jetzt deswegen Sexist ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall müsste man ja sowas diskutieren und man kann das auch diskutieren, ist auch spannend und man lernt auch was dabei, aber wenn man einfach dann nur sagt, ja nee, das versteht sich von selbst und wenn du es nicht kapierst, dann bist du dumm und im Zweifelsfall selber sexistisch, dann ja, das nervt mich halt und bringt einen überhaupt nicht weiter und gegen sowas war das im Grunde genommen auch gerichtet, mein Seitenhieb. Das ist ja auch gar nicht so individuell zu verstanden zu wissen, sondern wir haben das ja als eine eher Entwicklung skizziert, wie eben, wir haben das ja mit der Antidiskriminierungslinken definiert. Dass das also ein Problem ist, dass es eben weggegangen ist von den grundsätzlichen Fragen, der Klassenfrage, der Imperialismusfrage, der Frage um das System, sondern eben viel hin zu, wer wird jetzt wie diskriminiert. Und das sind alles wichtige Fragen, das ist auch alles Teil des Kampfes, aber schon etwas, was nicht in der ersten Reihe im Fokus, in der ersten Reihe wäre falsch gesagt, sondern eher im Fokus des Ganzen stehen soll. Das ist eben Teil des Kampfes, Teil des Klassenkampfes, sich auch um Antidiskriminierungsfragen zu drehen, aber eben nicht die Begründung für unser Handeln, nicht der Ausgangspunkt von unserem Handeln. Und so war es eben gemeint und nicht nur an, und das ist ja natürlich klar, dass es legitim ist, sich gegenseitig individuell auch zu kritisieren oder so, wenn man irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag legt, die nicht so gut sind. Okay, die nächste Rückmeldung kommt von v.rtxvoid, richtig spannende Namen habt ihr alle heute. Danke für den Beitrag, war definitiv ein spannendes Gespräch und bietet einen ersten Einblick in das Thema. Für eine tiefere Analyse kann ich nur Gerhard Hanlos, Hanloser, Hanlosers, Ich finde immer ganz schrecklich, wenn es um so ein Namen ausgeht, das auszusprechen und alles. Empfehlen, die andere Querfront empfehlen. Da wird vieles, was ihr erwähnt habt, nochmal im historischen Kontext und tiefer behandelt. Es ist auch ermutigend, in eurem Gespräch gegen Ende die Haltung zu hören, dass es definitiv neue Spielarten linker Praxis und Theorie bedarf, die nicht so dogmatisch ist, wie dieses Lagerdenken zwischen Anti-Ims und Anti-Ds. Es ist aber auch zugegebenermaßen ein sehr deutsches Phänomen, es kategorisch abzulehnen, über eigene Grenzen hinweg Bündnisse aufzubauen und etwas Gemeinsames zu entwickeln. Hoffentlich ändert sich das bald. Auf jeden Fall erstmal, das hoffen wir auch. Ja, also mir fällt jetzt spontan auch nicht so viel dazu ein, was ich dazu kommentieren könnte. Kennst du das, die andere Querfront? Ne, also ich kenne den Herrn Hanloser, aber das Buch kenne ich jetzt nicht. Okay, werden wir euch auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinken. Was mir noch dazu einfällt, was wichtig dazu noch ist zu sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, die Unterschiede und die Gräben auch, die es in der Linken gibt, jetzt nicht komplett wegzuretuschieren. Diese sind auch wichtig, also es ist auch eine Auseinandersetzung dafür wichtig und auch zu sehen, ja es gibt einfach ganz viele super stark trennende Momente, wo es in der Linken eine Reihe von Leuten gibt, wo ich auch sagen würde, mit denen vereint mich sehr wenig, weil die Linke ist ja super, super divers und super breit aufgestellt, aber es geht eben nicht darum, so einen komischen Zähnekrieg gegeneinander zu führen, dagegen würden wir uns ja vor allen Dingen gegen verwehren, gegen dann so eine Symbolpolitik, gegen so ein Zähnegebärsche, sondern wenn man diese Unterschiede erkennt, wenn man diese Gräben eben ausmacht, dann sollte man sie nicht einfach verheimlichen, aber man sollte sie eben dann gezielt eine Auseinandersetzung damit suchen. Also inhaltlich darüber sprechen, auch in der Praxis dann zu schauen, wo man dann auch wirklich sagen muss, nee, an dem Punkt geht es auch nicht mehr weiter, weil da haben wir zu unterschiedliche Ansätze. Das ist, denke ich, sehr wichtig, um insgesamt aneinander auch zu wachsen und sich gegenseitig auch zu bereichern, selbst wenn man sehr unterschiedliche Positionen hat. Ich sehe das im Prinzip auch so. Ich denke, das Schlechteste, was passieren kann, ist, wenn es dann irgendwie so einen gemeinsamen Bündnisaufruf gibt, der einfach nur der kleinste gemeinsame Nenner ist, wo dann überhaupt keine Kanten und Ecken mehr da sind und man sich irgendwie auf so was ganz Banales und Plumpes geeinigt hat und dann ist es mir schon lieber, es gibt ein scharfes Anti-Impf-Flugblatt gegen Israel und dann vielleicht eine Erwiderung aus antideutscher Seite und das steht dann nebeneinander und man kann beides lesen und sich seine Gedanken dazu machen. Das finde ich viel besser als irgendwie so einen falschen Frieden, in dem man irgendwie alles eindampft auf so einen ganz abstrakten gemeinsamen Nenner eben. Die nächste Rückmeldung kommt von Little Dark Age. Schön, dass du wieder dabei bist. Zur antideutschen Szene hat mir ein jüdisch-deutscher Genosse noch eine weitere Sicht aufgezeigt, nämlich sind antideutsche Räume auch die einzigen sicheren für jüdische Linke, zumindest wenn man sich nicht immer zu Israel äußern möchte. Wie waren denn die Reaktionen von jüdischen Linken und auch jüdischen Bürgis auf die antideutsche Bewegung? Habt ihr da Erfahrung aus erster Hand gemacht oder gibt es auch ein paar nette Anekdoten? Liebe Grüße und finde gut, dass ihr bei so Kontroversen nicht völlig polemisch werdet. Nach meiner Erfahrung kann ich mich nur an Tja Kunzreich erinnern, der jüdischer Herkunft ist und mit dem man da zu tun hatte. Der hat mich ein bisschen genervt inhaltlich, weil er halt so ein schrecklicher Moralist ist, aber ansonsten hat jetzt sein Jüdischsein da auch nicht eine große Rolle gespielt. Hatten wir vielleicht ein bisschen zu tun dann teilweise bei so Bündnissen. Gab es dann auch teilweise irgendwelche Kundgebungen mit der jüdischen Gemeinde und da gab es dann auch mal am ehesten Kritik dann vielleicht daran, dass wir eben für den Kommunismus waren und weil dann eben manche Leute aus der jüdischen Gemeinde das nicht so gut fanden. Und das war dann auch interessant, weil einige antideutsche Genossinnen und Genossen dann damals schon gesagt haben, ja, man sollte das mit diesem Kommunismus vielleicht jetzt nicht so ganz in den Vordergrund stellen, weil man da ja bei der jüdischen Gemeinde anecken könnte. Und das fand ich eben damals auch schon ganz blöd, weil ich dachte, ja gut, aber darum geht es uns ja um den Kommunismus. Und wenn man das jetzt nicht mehr sagen kann, dann braucht man die Kundgebung auch nicht zu machen. Und dann diese Sache mit dem Schutzraum. Also ich würde es ein bisschen in Frage stellen, ehrlich gesagt, ob jetzt jüdische Leute in der Linken einen Schutzraum brauchen. Also ich meine, klar, das mit der Israelkritik, das ist schon oft sehr problematisch. Ich meine, klar, das stimmt, das kann schon nerven, wenn man dann immer wieder darauf angesprochen wird. Ja, was denkst du jetzt eigentlich zu Israel? Einfach nur, weil man Jude ist, also dass man deswegen jetzt sich bevorzugt bei den Antideutschen organisieren sollte, weil einem das da nicht passiert, finde ich eigentlich blöd. Also ich denke, dann sollte man lieber nach seinen Präferenzen gehen, wo man sich eben am ehesten zu Hause fühlt und dann da hingehen. Und wenn einem dann blöde Kommentare kommen, dann muss man da eben sich dagegen zu wehr setzen, wie halt jeder auch blöde Kommentare mal abbekommen kann. Und generell finde ich diese Ideologie des Schutzraums sowieso problematisch. Also ich bin eigentlich dafür, dass die Leute sich nicht in Schutzräume verkriechen sollen, sondern bin für die maximale Durchmischung der Milieus, dass man halt mit jedem spricht und diskutiert. Und ich finde es gut, wenn der Anti-Impf sich mit der Veganerin und, keine Ahnung, der Anti-Deutsche mit der Queer-Feministin oder was weiß ich, dass man halt jeder mit jedem streitet und diskutiert und guckt, was dabei rauskommt. Und diese Schutzraum-Ideologie. Ich meine, natürlich, da wo das ursprünglich herkommt, wenn es jetzt zum Beispiel um Betroffene von sexueller Gewalt geht, die jetzt geschützt werden müssen vor ihrem Macker, der sie verprügelt und deswegen in ein Frauenhaus untergebracht werden, dann ist das natürlich ein Schutzraum, der auf jeden Fall seine Berechtigung und Relevanz hat. Aber das hat irgendwie auch so ein bisschen in eine andere Richtung jetzt weitergegangen und zu einer Ideologie geworden, die letztendlich einfach verhindert, dass Leute miteinander reden oder also Leute, die unterschiedlicher Meinung sind. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass, soweit ich es weiß, soweit ich es bisher wahrgenommen habe, wie mein Überblick ist, eigentlich auch selbstverständlich aus der Situation vor Ort heraus, der überwiegende Teil der Linken in Israel, auch der jüdischen Linken, sehr, sehr kritisch gegenüber dem Staat Israel. Also alles andere wäre auch sehr skurril. Natürlich gibt es da sicherlich auch Leute mit einer differenzierten Position oder Leute, die auch das teilweise dann etwas verteidigen oder so, bestimmte Dinge oder auch diesen Schutzraumgedanken vielleicht auch sehen oder so. Aber die absolute Mehrheit der radikalen Linken in Israel ist definitiv eigentlich gegen den Staat Israel. Also würde ja auch anders keinen Sinn machen. Das ist ja, du bist ja die ganze Zeit mit dem Staat konfrontiert. Also unsere Genossinnen da sind ja natürlich auch da dann die ganze Zeit gegenüber der jüdischen Polizei konfrontiert, den jüdischen Repressionsbehörden konfrontiert, der ganzen beschissenen Situation da und warum sollten die jetzt halt ein positives Verhältnis dazu haben? Das ergebe halt überhaupt keinen Sinn. Das kann man halt nur aufgrund von einer ziemlichen Distanz und wenn man eben von den Behörden da nicht so unmittelbar hier betroffen ist, überhaupt nur haben. Jo, die nächste Rückmeldung ist vom Felix. Hey, ich habe mir gerade eure Folge 17 über die Antideutschen angehört und wollte erst einmal anmerken, dass das einer der wenigen Beiträge mit einem wirklich sachlichen und konstruktiven Tenor war. Chapeau und danke dafür, selbst wenn ich nicht mit allen Aussagen übereinstimme, aber ich denke, das ist normal. Eine Frage habe ich dennoch. Ihr drei verortet euch ja heutzutage eher in der anarchistischen Sphäre mit mehr oder weniger antideutscher Historie. Ich hoffe, das verstehe ich richtig. Genau, vielleicht nur ganz kurz direkt dazu. Also Alfred und Joshua waren früher in der Antideutschen Linken ein bisschen unterwegs und ich, Marian, gar nicht. Also ich habe damit nie was zu tun. Ich hatte halt nur Genossinnen natürlich immer, die sich da zugeordnet gefühlt haben. Und ja, wir sind alle Anarchisten. Wie erklärt ihr euer theoretisches Verständnis vom Staat und wie wirkt sich das in eurer Kritik aus? Oder Plump gefragt, seid ihr wieder auf die anarchistische Formel, ein Staat ist ein Staat zurückgefallen? Oder ist eure Staatskritik etwas diffuser ausgeprägt? Da hast du wahrscheinlich dich vertippt und meinst du wahrscheinlich differenzierter. Wahrscheinlich passiert häufig immer beim Handy, wenn man das so sagen kann. Mein Aufhänger zu dem Thema ist der Text Abschaffung des Staates von Joachim Brun, welcher unter ca-ira.net frei verfügbar ist. Sa-ira.net ist, glaube ich, verständlicher. Okay, Sa-ira. Vielen Dank schon mal und solidarische Grüße. Genau, also Sa-ira ist ein Verlag von ISF Freiburg, was halt so eine wichtige antideutsche Gruppe eben war. Und dieser Verlag auch da dann relativ bekannt. Und auch der Jochen Brun ist also in den 90er und Anfang 2000er Jahre einer der wichtigen Figuren in der antideutschen Szenerie mittlerweile verstorben. Ich habe extra nochmal gegoogelt, aber habe den Text jetzt nicht gefunden. Deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Ich meine, ja, Frage ist ja, ob wir jetzt auf diese plumpe Formel ein Staat ist ein Staat zurückgefallen sind. Also ich habe mich ein bisschen gefragt, was damit gemeint ist. Klingt so ein bisschen wie bei Nacht sind alle Katzen schwarz. Natürlich kann man jetzt auf einer ganz banalen Ebene sagen, das stimmt nicht. Weil Saudi-Arabien ist was anderes als Bolivien und Italien ist was anderes als Russland und so. Also irgendwie ist jeder Staat natürlich anders. Und das heißt auch, dass die Kritik und die politische Praxis in jedem Staat natürlich anders sein muss und irgendwie den Verhältnissen angepasst. Aber ich glaube, das ist nicht genau das, was jetzt die Person sagen wollte, sondern sie wollte irgendwie darauf hinaus, dass ja Israel dann vielleicht doch ein besonderer Staat ist und vielleicht jetzt doch nicht ganz so abschaffenswert wie andere Staaten oder sowas. Also ich denke, wollte er auf sowas hinaus. Es gab dann ja oft auch solche Formulierungen wie ja, Israel soll als letztes abgeschafft werden oder Israel bis zum Kommunismus und solche Sachen. Und da muss ich sagen, also das finde ich jetzt schon eine recht schräge Vorstellung eigentlich. Also sich vorzustellen, dass in allen Ländern Anarchistinnen und Anarchisten gegen den Staat kämpfen und dann auch irgendwie überall die Revolution losbricht. Nur die Genossinnen und Genossen in Israel müssen sich halt zurückhalten. Und trotz der ganzen Erfahrungen, die Marian gerade geschildert hat, müssen sie sich sagen, ja gut, wir können jetzt unsere Polizei leider nicht kritisieren und unseren Staat, weil das ja jetzt notwendig ist und so weiter. Und ich denke, der Denkfehler dabei ist einfach, dass man halt jetzt dieser bürgerlichen Ideologie auf den Leim geht. Wenn man keinen Staat hat, dann kann man sich nicht verteidigen. Weil es wird ja immer gesagt, dass die Israelis halt gefährdet sind durch den Antisemitismus der umliegenden Staaten und auch Volksbewegungen möglicherweise, die eben die Juden ins Meer schmeißen wollen. Da ist natürlich was dran. Und man kann sich vorstellen, wenn es in Israel eine kommunistisch-anarchistische Revolution losbrechen würde, dass dann dieser Hass sich sogar noch steigern würde, weil dann sozusagen jedes Vorurteil der Antisemiten, dass die Juden irgendwie zersetzend sind und mit dem Teufel im Bunde sich da bestätigen würde. Und es ist ja auch historisch so, dass kaum ein revolutionäres Projekt einfach so in Ruhe gelassen wurde, sondern fast immer wurden sie militärisch angegriffen von anderen reaktionären Mächten. Und das ist gut vorstellbar, dass das in Israel eben auch passieren würde. Aber eine Revolution würde ja nicht heißen, dass die Menschen ihre Waffen wegschmeißen oder dass sie ihre Ausbildung, die sie bei der IDF bekommen haben, einfach vergessen, alle zu Pazifistinnen und Pazifisten werden, sondern natürlich müsste man sich da wehren. Aber ich denke, wenn jetzt Israel sich in eine rätekommunistische Föderation oder einen Zusammenhang von autonomen Kommunen oder wie auch immer man das nennen will, mit schwarz-roten Fahnen auf den Rathäusern von Tel Aviv und so weiter verwandeln würde, dann würde das ja nicht heißen, dass man sich nicht verteidigen könnte, sondern man könnte sich sehr wohl und müsste sich dann auch verteidigen. Aber man könnte halt vielleicht auch den arabischen Massen drumherum viel bessere Angebote machen, dass man jetzt eben nicht mehr ein imperialistischer Macht ist, die jetzt sozusagen die Palästinenserinnen dem Gazastreifen in so einem riesen Freiluftgefängnis festhalten, sondern dass man sagt, ja komm, lass uns das doch gemeinsam machen mit der anarchistischen Gesellschaft und das lass uns doch gemeinsam die Hamas bekämpfen und wir helfen euch dabei, euch zu organisieren und so weiter. Und dadurch hätte man jetzt vielleicht auch eher die Chance, tatsächlich da mal Verbindungen zu knüpfen und dann wären vielleicht die Chancen, dass jetzt Israel sich verteidigt gegenüber der antisemitischen Reaktion sogar größer, wenn da eine revolutionäre Transformation stattgefunden hat. Also deswegen, ich bin jetzt, was Israel angeht, mittlerweile für die Keinstaatenlösung. Also sowohl Palästina als auch Israel sollen sich möglichst schnell auflösen und zwar nicht irgendwie durch militärische Schläge von außen, sondern durch die organisierte Aktion der Massen selbst. So utopisch das jetzt vielleicht in unmittelbaren klingen mag, aber das denke ich wäre die Perspektive, für die wir einstehen müssen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass es nur utopische Perspektiven in diesem Konflikt gibt. Also es gibt keine einzige, egal welche Perspektive da vorgetragen wird, die nicht utopisch ist. Jede ist halt, wirkt halt so, als wäre sie unerreichbar. Wieso sollten wir dann eben an dieser Stelle uns so von unseren Idealen, so von unseren Vorstellungen, so von unseren eigenen Perspektiven entfernen und irgendwelchen anderen völlig utopischen Vorstellungen aufsässig sein, wenn unsere Perspektive auf diesen Konflikt die einzige wirkliche Lösung für diesen Konflikt ist. Also eben zu sagen, die Religion muss überwunden werden, die Staaten müssen überwunden werden, die Nationen müssen überwunden werden, nur dann. Das ist der einzigste Weg überhaupt, wie es in dieser Region wahrhaften Frieden geben kann, jemals. Generell auf der Welt würde ich das so sehen, aber da natürlich nochmal spezieller, weil da eben dieser konkrete Krisenhead ist. Und auch nochmal auf das einzugehen mit der militärischen Effizienz. Das ist auch so eine Frage, die werde ich halt eben nie verstehen. Das ist so häufig, dass Leute das nicht sehen können mit dieser militärischen Effizienz, weil eine Militstruktur, wo dann im besten Fall in der Revolution auch Teile des Militärs eben von Anfang an mitmachen, was ja häufig der Fall ist oder was teilweise sogar eine Bedingung dafür ist, dass eine Revolution überhaupt erfolgreich sein kann, die ist genauso effektiv wie eine militärische Armeen klassische Struktur, weil auch da gibt es Befehl und Gehorsam, nur eben werden die Vorgesetzten eben gewählt, dann von Vertrauen, ihren Fähigkeiten und so weiter und so fort. Es gibt sicherlich Aspekte, die daran vielleicht auch nachteilig sind, aber es gibt genauso viele Aspekte, die daran auch vorteilig sind. Allein, wenn man an die Moral der Truppe dann sozusagen denkt, die natürlich unter ganz anderen Bedingungen eben kämpft, für eine ganz andere Sache kämpft. Gut, das führt jetzt vielleicht auch schon wieder zu weit. Jedenfalls, um nochmal auf die Ausgangsfrage auch von mir einzugehen, also ich würde sagen, sind wir zurückgekehrt auf diese plumpe, jeder Staat ist ein Staat Sache, ja und nein. Weil auf der einen Seite ja, weil alle Staaten unabhängig von ihrer Zusammensetzung haben bestimmte Grundeigenschaften, die man analysieren kann, die man benennen kann und die immer kritisierenswürdig und immer abschaffenswürdig sind. Die muss ich jetzt glaube ich nicht ausführen, das führt zu weit. Und auf der anderen Seite nein, eben von dem, was du gerade gesagt hast, Alfred, jeder Staat, auch jeder demokratische Staat unter sich, auch jeder islamistische Staat unter sich und jeder faschistische Staat unter sich haben ganz eigene Eigenschaften, ganz eigene Ausprägungen und kein Staat ist so wie der andere, außer von diesen Grundeigenschaften des Staates, die du überall finden wirst. Und in einer Diktatur sind die dann oft noch extremer ausgeprägt als in einer parlamentarischen Demokratie oder so. Insofern ja und nein. Ich hoffe, das ist, das ist verständlich, wie es gemeint ist. Dann jetzt zur letzten Rückmeldung und zwar ist die von Imagine There Was. Heyho, danke für den Beitrag zur Antideutschen Linken. Und gerade auch, weil aktuell wieder Thema wichtig, dass ihr da relativ nüchtern und fair aufgeschlüsselt habt. Ich würde anmerken, gerade mit Blick auf Dortmund, dass es dort schon Bemühungen gab, gerade das Thema türkische Faschisten und Islamismus anzusprechen. Die antifaschistische Union Dortmund hatte sich ihrer Zeit immer wieder dazu geäußert, dass eine Antifa-Gruppe, die mittlerweile aufgelöst ist, die gab so circa zehn Jahre, war so einer der längst bestehendsten Antifa-Gruppen im deutschsprachigen Raum. Die war so antideutsch geprägt. Und auch mit der Kampagne No More Lies versucht eine explizit linke Kritik zu verfassen. War ja so eine antideutsch tangierte Antifa-Gruppe. Toll, jetzt hast du es sehr bemühten. Sorry. Darüber hinaus finde ich, dass kurz angesprochen wurde, aber ja erfreulicherweise wichtige Veränderungen in der radikalen Linken in Deutschland mit sich gebracht. Nämlich die Kritik an einer falschen Kapitalismusanalyse, eine mit der wichtigsten Punkte, welche auch Antideutsche mit auf den Weg gebracht wurde. Wie dem auch sei, definitiv hätte man noch locker Stunden darüber reden können, wie ihr schon sagtet. Auf alle Fälle gut und guter und wichtiger Beitrag. Gerade die Kritik am Ende, dass man sich von der Straße entfernt hat, in großen Teilen und somit handlungsunfähig geworden ist. Glück auf und solidarische Grüße. Ich meine, was er jetzt sagt über diese Antifa-Gruppe aus Dortmund und was sie da jetzt im Sinne von Kritik an türkischen Faschisten und Islamismus geleistet hat und so weiter, das ist wahrscheinlich richtig. Stimmt. Es war ja auch eine bemerkenswerte Gruppe, die auch sogar von den Dortmunder Nazis einen fast melancholischen Nachruf bekommen hat, wo die eben gezeigt haben, dass sie sich das ganz gut mitbekommen haben und diese Gruppe traurig waren über ihr Ableben. Das fand ich ganz interessant. Aber davon abgesehen, wollte ich da noch auf diesen Punkt eingehen, dass es ein Vorteil oder eine positive Auswirkung der antideutschen Kritik gewesen sei, dass falsche Kapitalismuskritik innerhalb der Linken irgendwie zurückgegangen sei. Ich glaube, das ist wieder so ein Beispiel dafür, was ich beim Podcast auch schon gesagt habe, mit diesem also zwei Schritte vorwärts, ein zurück oder umgekehrt ein Schritt vorwärts, zwei zurück vielleicht sogar. Also das, ja, was damit gemeint ist, ist ja oft wird auch gesagt, verkürzte Kapitalismuskritik oder personalisierende Kapitalismuskritik, dass halt dann zum Beispiel gesagt wird, wenn man jetzt kritisiert, dass die Kapitalisten aufgrund ihrer Gier und ihrer moralischen Verkommenheit halt an unserem Elend schuld sei, dass das eben falsch sei. Dann wird dann gesagt, dass das ja Charaktermasken sind, die sozusagen nur bestimmte Funktionen erfüllen, die sie jetzt aufgrund der Verhältnisse eben ihnen auferlegt wurden und dass das nicht ihr persönliches Verschulden ist. Und ich denke, soweit ist das schon richtig. Andererseits kommt dieser Begriff der Charaktermaske ja auch von Karl Marx. Ist somit auch nicht so völlig neu und ich denke, dass jetzt so die Köpfe der alten Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung wie Rosa Luxemburg und Prokoptin und wie sie halt erheißen, das eigentlich auch schon so letztendlich gesagt haben. Nichtsdestotrotz ist es nicht verkehrt, dass die Antideutschen darauf nochmal verwiesen haben. Aber irgendwie hat das dann auch so eine verkehrte Wendung wieder genommen. Also dass dann zum Beispiel solche Slogans gab, wie einmal beim 1. Mai in Berlin, fight the game, not the players. Wo ich mich dann frage, wie soll man denn das Game bekämpfen, wenn man nicht die Players bekämpft? Und ich meine, natürlich, vielleicht kann man es einfach so sagen, wenn jetzt die Börsenkurse verrückt spielen und es einen Crash gibt und deswegen irgendwelche Unternehmen pleite gehen und so weiter, dann ist es natürlich so, kann man das beschreiben als die unsichtbare Hand des Marktes, dass es irgendwie Strukturen sind und dass es da nicht irgendein bewusstes Zentrum gibt, wo das gesteuert wird. Aber wenn man dann aufgrund dieser Wirtschaftskrise halt vielleicht arbeitslos wird und seinen Kredit nicht bezahlen kann und dann aus seinem Haus rausgeschmissen wird, Zwangsräumung, dann ist es ja doch ein echter Bulle aus Fleisch und Blut, der dich da rausschmeißt. Also es sind ja jetzt nicht die Verhältnisse selbst oder die unsichtbare Hand, die dich irgendwie unterdrückt, sondern in letzter Instanz sind es ja immer irgendwelche konkreten wirklichen Menschen, die dann dieses Verhältnis auch aufrecht erhalten. Und so gesehen kann man das Game nicht beenden, wenn man nicht die Players eben tatsächlich auch real konfrontiert. Und deswegen hat eben diese Kritik an der verkürzten Kapitalismuskritik letztendlich selber wieder zu einer Verkürzung geführt und nämlich zu einer völlig abstrakten Kapitalismuskritik, die dann letztendlich nur noch dazu gut ist, im Uniseminar eben klug zu schwafeln, aber nicht dazu halt wirklich zur Abschaffung der Verhältnisse zu führen. Ich kann da eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, weil du es sehr gut auf den Punkt gemacht hast. Vielleicht ist das auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben ja wirklich einen langen Zeitraum in der radikalen Linken erlebt, von wo es verpönt war, fast schon von Klasse zu sprechen, von der Klassengesellschaft zu sprechen, vom Klassenkampf zu sprechen, dass wir alles überkommen. Man müsste jetzt von irgendwelchen Schichten oder was auch immer daherfasen. Und vielleicht ist das wieder ein gutes Beispiel, wo das, was wir im Podcast beschrieben haben, diesem Einsickern von diesem antideutschen Diskurs auch in dieser Frage dann letztendlich verhindert hat, dass man noch von dieser Klassengesellschaft bricht, weil man dann direkt irgendwie eine, ah ja, eine strukturelle Antisemitismus oder, ah ja, wenn man da einfach sagt, gegen die da oben oder 99 Prozent, wie das in Occupy auch aufgegriffen hat, wo dann auch viele in der Linken sich eher davon ferngehalten haben, obwohl es nebenbei einer der coolsten und krassesten, sehr, sehr linksgeprägten, wenn auch natürlich teilweise auch ein bisschen verschwörungstheoretischen Bewegungen gab, die auch bis nach Deutschland gekommen sind und wo enormes Potenzial verspielt wurde dadurch, dass die radikalen Linke oft viel zu spät daran beteiligt hat. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein Punkt, wo das dann so ein bisschen eingesickert ist, dieser Diskurs und dann auch diese Frage, die eigentlich immer noch richtig und auch schon immer richtig war, so ein bisschen verbessert hat. Und vielleicht noch zu Dortmund, was du gesagt hast. Ja, es stimmt auf jeden Fall, dass es zu der Zeit von der Antifaschistischen Union Dortmund so ein bisschen mehr Aktivität dazu gab, dass da mal ein Artikel zu erschienen ist oder dass man das überhaupt zumindest mal mitbekommen hat, wenn wieder türkische Faschisten irgendwo aufgelaufen sind, weil irgendeine Gruppe das berichtet hat und das nicht wie jetzt dann einfach komplett ignoriert wird, kommt es einfach nicht mehr mit und nur, wenn man durch Zufall gerade in der Innenstadt ist oder so, wenn da mal wieder was ist oder dass auch mal bei einer Moschee berichtet wurde, die halt in einer Verbindung zu irgendeinem türkischen Faschismus steht oder was auch immer. Sowas gab es dann zu der Zeit, aber auch zu der Zeit war es ziemlich wenig trotzdem weiterhin, was da passiert ist. Also in Anbetracht dessen, was das für ein Problem, gerade in Dortmund und im Ruhrgebiet generell ist. Ich meine, wir müssen uns hier halt vorstellen, dass die türkisch-faschistischen und die islamistischen Strukturen um einiges, um einiges stärker sind, als das irgendwie die deutschen Nazis sind. Also das ist überhaupt kein Vergleich. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das so ist, warum man sich dem Schlechte annehmen kann. Es ist einfach viel unübersichtlicher, es ist auch kein einfaches Thema, weil man natürlich dann auch schnell vielleicht selber in den Verruf gerät, dann da irgendwie sich auch nach rechten Positionen da, die so gelesen werden, anzunehmen und so. Aber das ist ja alles gekommen auch, weil wir uns da so rausgehalten haben. Ich denke, da ist es wichtig, wirklich das wieder mehr zu fokussieren, auch zusammen mit der kurdischen Bewegung oder anderen migrantischen Exilbewegungen, auch die iranische Community und so. Da sind auf jeden Fall natürliche Bündnispartner, auch wenn da zum Beispiel leider die kurdischen Genossinnen da auch oft sich sehr zurückhalten, weil sie eben Angst davor haben, dass dieser extreme Konflikt wieder eskaliert und dass eben, ich würde schon sagen, von oben, sage ich mal, von der PKK so klein gehalten wird, dieser Konflikt und immer so ein bisschen Druck auf die jugendlichen kurdischen Genossinnen ausgeübt wird, dass sie nicht zu viel Rambazamba machen. Aber ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn da wieder mehr passiert. Wir können es nicht oft genug betonen und das ist natürlich auch eine Selbstkritik, also wir machen ja auch zu wenig. Okay, das waren die Fragen von euch, waren die Rückmeldungen von euch. Ich fand es auf jeden Fall spannende Rückmeldungen, die in ganz unterschiedliche Richtungen gingen. Ich fand es auch super, dass es auf so einer solidarischen Ebene geblieben ist. Wir hatten irgendwie einen komischen Troll, der uns beleidigt hat. Keine Ahnung, war aber nichts spektakuläres. Ansonsten denkt man ja immer, wenn man das Thema behandelt, uh, jetzt brechen dann von beiden Seiten die Leute über einen her und die große Schlammschlacht beginnt, aber es war überhaupt nicht so. Ich fand es einen richtig schönen Podcast, eine richtig spannende Diskussion darum und ich freue mich einfach, dass es euch so gefallen hat und da haben wir ein bisschen ein paar Punkte anscheinend erwischt und auch ein Thema erwischt, was euch sehr beschäftigt. Ja und nochmal vielen Dank vor allen Dingen an dich, Alfred, dass du dabei warst mit deiner Expertise und deinen Standpunkten. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jo, danke für die Einladung. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich war zwar am Anfang recht aufgeregt und mir ganz viele Notizen gemacht, weil ich gedacht habe, ich will bloß nichts Falsches sagen und solange ich auf meine Notizen gestarrt habe, war das alles so ein bisschen holprig, aber sobald ich sie dann beiseite gelegt habe und einfach mich so gefühlt habe, als würde ich jetzt am Kneipentisch mit irgendjemand halt reden, wie ich es auch sonst mache, dann hat es auch schon viel besser funktioniert und am Ende sogar Spaß gemacht. Ja, du hast ja richtig blutgeleckt. Du wirkt es jetzt so, als wärst du kurz davor, deinen eigenen Podcast zu starten. Naja, das vielleicht nicht, aber ja, mir hat es Spaß gemacht. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, dann in dem Sinne alles Gute euch, wir hören uns am Sonntag bei der nächsten Folge und Glück auf. Tschüss. Du hast nicht Glück aufgesagt. Achso, man muss Glück aufsagen? Ja, du musst Glück aufsagen. Weil das Übersage heißt, oder? Ja, musst du nicht. Das ist unsere Verabschiedung. Ja.